einen verlautschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen folge von fall guys und wir fangen mit tor hunger an weil das ein schönes kill ist genau das ist nämlich ein schönes deal deswegen fangen wir genau damit an und jetzt die flasche von mir ist gerade bei mir im shop ist ja schön vor allen dingen ist gerade aufgefallen dass ich meine letzten aufnahme vergessen was zu zeigen wenn ich daran denke mache ich das diese runde wenn ich weiß vielleicht der nächsten aufnahme inhalt bisschen vergesslich doch zack yo der hat mich irgendwie komisch geblüht na ach gott nee 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 ach komm schon oh nein oh nein jetzt 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 nein oh was ist 00007 originale mein satz mal wieder ne hohoho ich glaube wenn ich das nicht geschafft hätte führ ich einfach weg dann wäre ich in urlaub gegangen jetzt gehen die anderen in den urlaub tschüss hat spaß gemacht mit euch also mir war zuvor es wäre die farbe schwarz gerade in so wie das hier alles aussieht muss mal drauf achten ob alle bohnen immer an der selben stelle sind von dem wo alle rausfliegen das interessiert mir auch mal muss ich gleich mal gucken windelnde höhen okay das finde ich auch noch klasse das mache ich auch noch mit das ist so äh ich glaube der äh Heißluftballon wurde ein bisschen falsch platziert aber ist auch nur eine vermutung lalalalalalalalalo ich habe einen Schuh und nicht nur einen nein 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 oh Gott oh das wäre jetzt gegangen oh ja ich hab's doch noch drauf nein ohne mich jo diesen milkshake den will ich auch haben ah der kostet Geld und ich gebe kein Geld aus haha oh so hat's auch bei fortleid angefangen ich gebe kein Geld aus und jetzt ich bin kostet schon im drei stecken bereich aber inzwischen gebe ich auch nur noch sehr wenig bis gar kein Geld mir von den aus weil äh jo blockiert einfach alles nein 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 ich will keine Wassermelone nein es ist die alleine danke ich muss sagen in fortleid ich bin jetzt in die Seasons nicht mehr so geil weil alle bei letzten Seasons sind einfach nur Kooperation wegen Cash und das hat mit der fortnite story irgendwie jetzt nicht wirklich was zu tun jo was war denn mit dem grad eben los wie ist der überhaupt hinter das Gitter gekommen das muss ich mir mal in der Wiederholung ansehen ok das habe ich ja noch nie gesehen außer glaube ich mal in irgendeiner Aufnahme von irgendeinen anderen hä wie kommt man da hinten hin bliegt man da erst nach oben und dann nach hinten sehr lustig das will ich auch mal Fußweichmanöver ja das ist jetzt ab sofort mein Lieblingsspiel weil man hier und dann bin ich doch ganz hinten ich wette euch mit ähm ein Like dass ich rausfliege also wenn ich raus wenn ich rausfliege dann ja bin ich draußen und wenn ich nicht draußen bin müsst ihr ein Like auf dem Video geben das ist doch mal ein Deal ok oder ich gebe euren Kommentar ein Like wenn ihr ihn schreibt würde mich auch mal freuen wenn ihr Kommentare unter mein Video schreibt weil immer gucke ich ob es Kommentare gibt und die beantworte ich auch gerne wenn es vernünftige sind und nicht irgendwelche dummen Kommentare also in Anführungszeichen dummen Kommentare ey ich habe es aber geschafft aber meistens beantworte ich die Kommentare also falls ihr mich mal richtig beleidigen wollt könnt ihr ruhig schon machen aber ich glaube das wird gleich weggesperrt nur so in der Farm und so oh 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 so das habe ich gelernt ich renne nicht gleich los weil dann sterbe ich meistens so hier geht es lang bitte nicht wunderschubsen äh äh was ist mit dem Lilan da los hat der ja schlechtes Internet oder hallo tschüss aha komm lieg runter oder mach uns den Weg la 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 äh okay nein was ist das denn oh nein wie habe ich das denn hinbekommen oh oh im Gottes Willen so ja ich will noch rein ich will noch rein nein ach komm schon all dieses Spiel ist echt für ein kein Kommentar so ich habe gerade äh Mapfehler feststellen können weil ich so ein äh großtalentierte äh Ente bin oder was es sein soll ich glaube das ist eine Ente aber ich will unbedingt diese Banane haben da springen wir gerade komplett unnötig hier wäre es eigentlich Wesen jo das war schön danke ich gehe hier durch hier rechts dort seht ihr dass äh diese Flagge nach rechts zeigt und dort auch die müsste eigentlich da links zeigen nein ach komm schon aber das war jetzt ein bisschen äh failig neben dieser Tür hier okay ich will noch rein ich will noch rein ach dankeschön oh ich jetzt mach zu Ende jo wie bitter muss sich dieser Typ eigentlich fühlen hä aber er war doch schon im Ziel drin denn wie kann er denn bitte raus sein ach der tut mir leid da war schon wieder jemand hinter dem Netz wie geht das denn erhöhen es gibt irgendwie diese main mini games die immer kommen diese anderen games die viel geiler sind nicht so oft kommen aber na gut das kriegen wir hin vor allen Dingen dort hin dieses Teil da das werde ich gleich mal ausprobieren weil ich hab gesehen dass man sich dort ins Ziel boosten kann und das sich einfach probieren mal das habe ich äh noch nie gemacht so los 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 und ich habe meine ganzen Videos aus ausgegeben deswegen muss ich mir wieder welche verdienen äh ich glaube ich das hier ja äh das war glaube ich nicht so klug von mir ja das wollte ich auch nicht machen haltet ruhig den Ball auf kommt niemand mehr durch jo ey das ist mir ja noch nie passiert dass mich hier jemand runterschubst jo wer nutzt den Kreis da in der Mitte ganz im Ernst ich hab den noch nie benutzt hab noch nie bei einem anderen YouTuber gesehen niemand benutzt so hui oh ich hab mir eigentlich grad bisschen ja versprochen davon aber okay da muss ich wenigstens na gut das hat eigentlich nicht viel gebracht wenn man mal darüber nachdenkt aber egal ich bin noch mit reingekommen fragt euch eigentlich wofür wir ja 10 Sekunden brauchen wir brauchen uns zwei eigentlich eins merken ohne ohne okay ich bin richtig hallo hui hui jo nein ehrenlos ehrenlos Banane Apfel Traube Banane Apfel Traube Banane Apfel Traube Banane Apfel Traube Banane Apfel hier drauf hier drauf solltet eben müsste auch noch ein Feld sein ja äh ich halte mich hier mal fest Orange Apfel Melone Banane äh ich hab Orange Apfel Orange Apfel Orange Apfel Melone Orange Apfel Orange Apfel Melone ich bin richtig sehr gut wäre jetzt was anderes gekommen äh ich wüsste nicht wo ich hin müsste jo der eine Typ da hinten okay muss qualifiziert sein oh ich bin Platz 1 so ein Zufall ist ja schön ne really es ist einfach niemand rausgefallen was war das hab ich auch noch nicht erlebt das ist mir auch neu jo ich seh grad in der Aufnahme sieht man gar nicht meinen äh Mauszeiger egal oh das war dieses geile Spiel bitte bitte ich will das haben ich will das haben bitte wir sind noch glaube ich genug Spieler dafür hab ich ein ach ach man warum muss ich immer einen haben wenn ich einfach ja ok dann hä bin ich grad jemand meinen Schweif geklaut ok das ist ein bisschen kump aber ok hat der einen Schweif der hat keinen Schweif ey geh weg das ist mein Schweif ok dann warte ich jetzt hier ja ha du Otto und tschüss der hat auch einen sehr gut ich bin safe bin safe nein da rennt mir jemand hinterher hey geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg ok 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 ich bin sicher ja Glück gehabt warum hab ich nur Bronze wie krieg ich eigentlich in diesem Spiel Gold du wirst doch eigentlich hier in dem Spiel mal Gold haben verstehe ich nicht kriegt man wahrscheinlich wenn man ganze Zeit nur in Freifahrt keine Ahnung so jetzt sind hier mal ein paar Leute rausgefallen so es könnte sein dass jetzt schon das Finale kommt das wäre natürlich klasse weil die Aufnahme geht jetzt schon wieder bisschen länger aus ok da habe ich noch nie gewonnen aber es wäre schön wenn ich jetzt mal meinen ersten bekommen würde es gibt drei Enten da verwirrend aber ok das kriegen wir hin so Moment mal ich glaube ich bleibe äh wo bleibe ich denn stehen ich weiß nicht ich glaube ich bleibe hier auf dieser blauen Schicht hier sieht mir am vertrautswürdigen aus oder links neben mir das lila ne ok es wird schneller ja kommt doch jetzt alle zu mir rüber ne nein ok ok nicht so fies sein nein nein oh danke danke lieber Fallgeist Gott falls es gibt yo yo was war mit dem Typen los so will ich auch sterben wenn ich sterbe ah das war ja richtig geil nein warum fall ich die ganze Zeit hin bring doch nur bring doch nur oh ey ich will nicht oh konzentration nein nein oh Gott nee ok aber jetzt will ich mal sehen wie die das hier noch meistern ok wenn euch das Video gefallen hat lasst eine positive Bewertung da ansonsten würde ich sagen sehen wir uns bei einem neuen Video wieder haut rein und ciao later 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 die dann will die die Bis zum nächsten Mal.